Du läufst auf der Strasse, da kommt dir jemand entgegen gerannt. Schnell, schnell, 2943, ist diese Zahl durch 9 teilbar? Ich muss das dringend wissen, es geht um Leben und Tod. Nun, du erinnerst dich daran, dass du dazu die Quersumme der Zahl bilden musst und überprüfen, ob diese durch 9 teilbar ist. Du rechnest also 2 plus 9 plus 4 plus 3. 2 plus 9 sind 11 plus 4 sind 15 plus 3 sind 18. 18 ist in der 9er Reihe und durch 9 teilbar. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du auch hiervon wieder die Quersumme bilden. 1 plus 8 sind 9 und damit ganz klar durch 9 teilbar. Das heißt, 2943 ist auf jeden Fall durch 9 teilbar. Sehr gut, die Person kann nun weiterlaufen und ihr Leben retten. Oder das Leben, von wem auch immer sie es retten wollte. Aber du fragst dich, weshalb ist das so? Weshalb kann ich die Quersumme einer Zahl bilden, um zu überprüfen, ob sie durch 9 teilbar ist? Und funktioniert das immer? Funktioniert das auch für andere Zahlen? Für 333, für 7293 oder ganz einfach zum Beispiel 27? Um das zu verstehen, werden wir die Zahl 2943 anders schreiben. Die 2 steht an der 1000er Stelle. Die schreibe ich als 2 mal 1000. Die 9 steht an der 100er Stelle. Die schreibe ich als 9 mal 100. Die 4 an der 10er Stelle, schreibe ich als 4 mal 10. Und die 3, nun die 3, die schreiben wir einfach als ein 3 hin. Diese ganze Summe hier steht dann wiederum für 2943. Jetzt schreibe ich diese 1000 als Summe aus 1 und einer Zahl, welche durch 9 teilbar ist, nämlich 999. Diese 100, die schreibe ich als 1 plus 99. Die 10 schreibe ich als 1 plus 9. Aus 2 mal 1000 wird in dem Fall 2 mal 1 plus 999. Aus 9 mal 100 wird 9 mal 1 plus 99. Aus 4 mal 10 wird 4 mal 1 plus 9. Und die 3? Nun, die 3, die bleibt eine 3. Nun kann ich ausmultiplizieren. 2 mal 1, 2 mal 999. 2 mal plus 2 mal 999. Das gleiche dann 9 plus 9 mal 99. Und 4 mal 4 plus 4 mal 4 plus 4 mal die 9. Und die 3, die bleibt immer eine 3. Das Ganze werde ich jetzt einfach mal etwas anders anordnen. Und zwar schreibe ich zuerst die Produkte mit 999, 99 und 9. 2 mal 999 plus 9 mal 99 plus 4 mal die 9. Was ich dann noch habe, was ich dann noch habe, sind die 2 plus die 9 plus die 4 und die 3. Nun sind diese Produkte hier, sind alle durch 9 teilbar. Denn 999 ist durch 3 teilbar. Und in dem Fall ist auch 2 mal 999 durch 9 teilbar. Und 9, 9 ist sowieso durch 9 teilbar, deshalb ist auch 4 mal 9 durch 9 teilbar. Das heißt, dieser Teil unserer Summe ist durch 9 teilbar. Was ich jetzt überprüfen muss, ich muss nur überprüfen, ob dieser Teil der Summe durch 9 teilbar ist. Aber diese Summe, 2 plus 9 plus 4 plus 3, entspricht gerade der Quersumme unserer Zahl 2943. Denn jeder Term entspricht einer Ziffer. Das heißt, es genügt zu überprüfen, ob die Quersumme durch 9 teilbar ist, um herauszufinden, ob die ganze Zahl durch 9 teilbar ist. Und somit verstehen wir nun, weshalb es genügt, nur die Quersumme auszurechnen und die Teilbarkeit durch 9 zu überprüfen.